Das Wochenende naht, der Schlussspurt dieser Woche und diese Woche war nicht so der Burner, zumindest mal nicht aus Aufwärtssicht. Wir sind ordentlich runtergekommen, wir sehen das hier nochmal beim Nasdaq Future beispielsweise jetzt in dem Fall, da sind wir bis zur Unterstützungsmarke gekommen und jetzt die alles entscheidende Frage, hält die oder geht der Markt da einfach durch? Das ist gar nicht so mit einem Blick zu sagen oder mit einem Satz zu sagen und bitte geht niemals davon aus, da ist eine Unterstützung, da muss der Markt ja abprallen. Es ist vorläufig erstmal nur eine Chance dafür, dass der Markt da abprallt, aber das muss sich bestätigen. Da gibt es gleich mehrere Ansätze, wie man das machen kann. Eine der einfachsten, in diesem Fall hier aber gar nicht so erfolgreich auf Tagesebene zum Beispiel, gucken, dass wir die Vorkerze hier überschreiten und dann wäre man schon long und dann bitterlich enttäuscht worden. Candlestick-Pattern-mäßig ist es allerdings auch nicht wirklich was Vernünftiges, das ist eher so ein dodgy-like Tail oben und ein kleiner Körper. Dodgy ist sowas wie der verrückte Mann, der dreht gerne mal, ihr seht das hier oder da, aber so richtig eine gute Aussage lässt sich da nicht unbedingt sagen, ob das dann auch wirklich weit läuft. Dazu sind die Statistiken dazu zu unübersichtlich, also zu uneinheitlich, so muss ich sagen. Na gut, also müssen wir auf einer kleineren Ebene gucken und ihr wisst, wo ich da ganz gerne drauf gucke. Das will ich jetzt ganz gerne mal machen, nämlich hier im kurzfristigen Chart. Gucken wir mal, was wir hatten hier seit der Bewegung. Also hier ist jetzt das letzte Tief. Seitdem ist es, naja, so halbwegs unterwegs nach oben. Es ist zu früh, um da was zu sagen. Wie müsste das aussehen, um mich glücklich zu machen? Also wenn ich jetzt sowas hier sehe, so und dann vielleicht macht er sogar noch irgendwann sowas im Laufe des Nachmittags, dann fände ich das gar nicht so schlecht. Und wenn er dann noch eine ABC in diese Richtung bringt, dann wäre ich davon überzeugt und wüsste, dass wir hier auf der kleinen Ebene gute Chancen haben, uns ein bisschen weiter zu entfernen und je weiter wir hier hochkommen. Denkt immer dran, vorne, da hinten Symmetrie nochmal ganz gerne, wenn das die erste ist, zweite, die dritte. Und dann sind wir schon hier irgendwo so mittendrin, wo man sagen kann, das würde das durchaus manifestieren, dass das eine Korrektur ist. Also spätestens wenn wir so diese Zwischentiefs, das Tief vom, was war das, 1. April. Wenn der Kurs also das letztwöchige, das letztfreitagliche sozusagen tief durchstößt nach oben, dann werden wir auf jeden Fall korrektiv. Das ist zwar noch kein Beweis, dass es sofort zwingend weitergeht, würde aber andeuten, dass die Abwärtsseite halt klar korrektiv ist, wegen der Kursüberschneidung. Das haben wir ja immer ganz gerne auf dem Plan. So sieht das Ganze im 4-Stunden-Chart aus. Gute Chancen also jetzt für den Dreh, aber er muss da erst noch ein bisschen was können. Also erster Frühindikator wäre sicherlich der. Wie gesagt, der Bruch dieser Marke wäre nicht automatisch, ist bei 14.700 in etwa, wir können es ein bisschen genauer gucken, 14.725, wenn ich das richtig sehe. Der ist nicht eine Garantie, dass es dann so weiterlaufen muss, aber der zeigt an, damit ist die Abwärtsseite überschneidend und entweder läuft es dann so oder geht noch mal tiefer, aber auch dann wäre das eher korrektiv und später dann halt nach oben. Also das wäre so ein frühes, ganz gutes Zeichen. Das wäre sicherlich ein Trigger, der immer noch in Ordnung wäre, so für die Höhe. Ich fände es noch schöner, wenn wir hier das kriegen, was ich hier im 5-Minuten-Chart eben angedeutet habe. Also sowas in dieser Art und Weise. Das, was ich hier gezeichnet habe, ist quasi das, was hier ist, wäre mir das Liebste. Wie sieht es bei den Kollegen aus? Schauen wir mal beim S&P 500 Future sozusagen. Das ist etwas, was auch noch nicht so richtig der Burner ist. Also so ganz glücklich bin ich noch nicht. Die Unterstützung finde ich ja super, wie ihr kennt. Ich bin ja immer total begeistert. Wenn es so schön klastert, ist das ein extremes Angebot. Aber alles, was wir bisher hier hatten, so richtig glücklich macht es noch nicht. Aber, und jetzt ist da eine gewisse Chance da, für einen Anstieg ebenfalls, nämlich das ist der Anstieg, A, B, C, die Gegenbewegung und jetzt der Anstieg. Und hier seht ihr, es ist genau das Gleiche. Mein Warten gilt jetzt für die Intraday-Überlegung. Schub hoch, wackele ich runter hier im Kleinen. So ähnlich, wie wir das hier ja auch immer wieder mal zwischendurch hatten. Mal deutlicher, mal weniger deutlich. Aber zumindest mal die Anzeichen, die das ungefähr darstellen. Was ich nicht toll fände, wenn wir hier diese Zwischentiefs noch ist es dreiwellig. Das ist vielleicht nochmal ganz gut zu erzählen. Ja, dreiwellig ist doch abwärts. Vorsichtig, abwärts erst, wenn er das bricht. Denn wenn er von hier weiterläuft, dann wird das vielleicht fünfwellig und ist bullisch. Also ihr seht, das per se ist noch gar keine Aussage. Das ist dreiwellig und bestätigt sich, dreiwellig zu bleiben durch diesen Bruch. Ich mache es mal groß, dann kann man es vielleicht etwas besser sehen hier. Aber ihr seht das im Chart. Ich meine, dreiwellen muss ich euch nicht erklären. Das kriegt ihr hin. So, A, B, C. Wenn er das bricht, ist das eben definitiv kein Long. Da das allerdings nicht die erste Welle ist, wäre das immer noch realistisch, dass das die erste, die zweite, die dritte, die vierte und anschließend nochmal die fünfte gäbe. Und das heißt, hier ist zwar vorläufig die Long-Idee erstmal Geschichte, aber da wir ja hier nicht ewig tief runterfallen für die fünfte Welle, wenn es dann so kommt, ist es sehr realistisch, dass es dann eben irgendwie was Neues eben gibt. Also für mich ist das kein so guter Short-Trigger, um Short zu gehen. Das ist es nur und vorzüglich, wenn es sich um die erste Welle handelt. Also wenn wir von oben eine Welle runter hätten, haben wir ja nicht. Wir sind ja hier schon in der dritten und dann haben wir hier halt nur die fünfte und die ist halt entsprechend kürzer und eben nicht automatisch gleich lang, wie die Geschichte da das vermuten lässt. So, also ganz schlecht sieht es auch beim S&P 500 noch nicht aus für die Aufwärtsseite. Und beim Dow Jones ebenfalls, also das Bild ist im Groben das Gleiche. Also wenn ich von diesen tief ausgehend mal schaue, hat man den Eindruck, wir sind hier vielleicht eine erste Aufwärtsbewegung, eine starke, dann diese A-B-C-Kiste hier und jetzt das. Jedes Wackeln nach unten wird wahrscheinlich frenetisch begrüßt von den Bullen, um nochmal einzusteigen. Also bitte darauf achten, ob da der Rücksetzer passiert. Der DAX mit dem Gap eröffnet ist erstmal ein ganz gutes Zeichen. Das ist ganz klar korrektiv. Also der DAX, der ist zwar jetzt schon in den letzten Zügen jetzt vor dem Wochenende, trotz alledem, hat eigentlich eine ganz gute Bedingung, dass wir vorläufig noch nach oben eher unterwegs sind. Denn zumindest patternmäßig unterstützt er dieses Bild auch. Und wir haben es ja gesehen, eigentlich ist da eh alles okay. Ein Zwischenhoch hatten wir hier auf Tagesebene bei ungefähr 14.600, nicht bitte so genau gucken, 600 glaube ich war es sogar. Komm, ich kann es ganz genau gucken. Ist ja alles da. 603,44 war das Hoch hier. Das war das Hoch vom 5. April. Das wäre quasi hier der Trigger für die Long-Seite ebenfalls. Keine Garantie, aber mit Sicherheit ein tolles CRV. Vielleicht für die nächste Woche etwas, was man da umsetzen kann. So, für heute wünsche ich euch erstmal alles Gute. Achtet mal drauf, ob er dieses Verhaltensmuster im Kleinen tatsächlich bringt. Wackeliger Rücksetzer würde mich eher im Moment auf der Long-Seite vor dem Wochenende nochmal mitnehmen. Thema Gewinnmitnahmen. Naja, wir dürfen nicht vergessen, der Markt ist von oben nach unten gekommen. Gewinnmitnahmen wären also Schließen von Shorties. Schließen von Short-Positionen sind Käufe und die drücken den Preis eben nach oben. Also das wäre von der Seite aus auch nochmal eine zusätzliche gedankliche Unterstützung für die Bewegung. Im Moment sieht es aber noch nicht so aus. Also ihr seht, das ist genau nicht das, was ich haben will, wenn ich Bullish bin. Ihr seht das. Es ist also hier nicht das schönste Bild, was ich mir vorstellen kann. Im Gegenteil, das ist klar dreiwellig korrektiv und dementsprechend, naja, von mir aus fünfte Welle hier nochmal drunter. Und dann wird sich zeigen, ob es dann hier ein neues Tief gibt und ob der Kurs dann mit einem neuen Anstieg das nochmal schafft, was ich mir so sehr wünsche. Also daran seht ihr, ihr könnt hier immer relativ schnell erkennen, ich muss über Bullish gar nicht nachdenken. Vor ein paar Minuten hätte ich noch gesagt, wieso, ist doch super, wenn der jetzt hier sowas macht. Dann ist das ein toller Fünffäller hoch. Macht er aber im Moment nicht und dementsprechend kann ich sofort erkennen, ob sich das Bild hier ändert. Das ist für die ganz kurzfristigen. Die Mechanik gilt natürlich auch, wenn ihr längerfristig unterwegs seid. Im Tageschart, 5-Minuten-Chart ist das gleiche wie Tageschart, Wochenchart, 4 Stunden oder sucht euch eine andere Zeitebene raus. Das Prinzip ist das gleiche. In diesem Sinne, euch alles Gute und nochmal viel Erfolg mit den Indizes am Nachmittag. Das Prinzip ist das gleiche.